Zweiten Liga, Rostock verliert auf Schalke, Abstieg am Sonntag möglich. Ein schwerer Schlag, Rostocks drohender Abstieg nach Niederlage bei Schalke. Ein fahler Beigeschmack hängt immer noch über der Welt ins Arena. Der FC Hansa Rostock verließ am Samstag den Platz als Verlierer, nachdem der FC Schalke 04 das Spiel dominiert hatte. Der drohende Abstieg in die dritte Liga könnte bereits am kommenden Sonntag Gewissheit werden. Ein Szenario, das für die Hansa Rostock-Fans einen bitteren Schluck darstellt. Veränderungen waren im Team der Ostdeutschen erwartet worden, die jedoch auf Schalke zu spät kamen. Die Mannschaft kämpfte hart, doch am Ende randalierte der FC Schalke 04 mit einer starken Heimleistung. Die Stärke von Schalke kontrastiert mit derzeitigen Form von Rostock. Die Königsblauen, angeführt von ihrem gefeierten Trainer und einer beeindruckenden Siegesserie in der diesjährigen Saison, haben sich ihr Ticket für einen Aufstieg hart erarbeitet. Sie sind eine wahre Erfolgsgeschichte in den unvorhersehbaren Gewässern der zweiten Bundesliga. Rostock hingegen hat eine Saison voller Hochs und Tiefs hinter sich. Und der mögliche Abstieg ist die jüngste Wende in einer erbarmungslosen Kampagne. Ihre bisherige Leistung spiegelt eine Mannschaft wieder, die den Faden verloren hat und von einer besseren Seite der Liga überrollt wurde. Der Spielverlauf spiegelte die derzeitige Situation der beiden Teams wieder. Schalke entschlossen und dynamisch bedrängte ihre Gegner von Beginn an. Sie kontrollierten das Spiel, liefen die Lücken herunter und erzielten das erste Tor in der ersten Halbzeit. Wie von einem Skript vorhergesagt, markierte dies den Ton für den Rest des Spiels. Rostock bemühte sich, die Kontrolle zurückzugewinnen und zeigte einige gute Spielzüge, die jedoch nicht durch Tore belohnt wurden. Die zweite Halbzeit begann und endete so, wie es die erste getan hatte, mit Schalkes Dominanz. Trotz ihrer Bemühungen konnte Rostock die Torlinie nicht überqueren und das Spiel endete zu ihren Ungunsten. Die Reaktionen auf das Spiel waren gemischt. Während Schalke bejubelt wurde für seinen erfolgsorientierten, energischen Stil und seine beeindruckende Bilanz in dieser Saison, brachte das Match nur Frustration für Rostock. Die Spieler und Fans zeigten betrübte Gesichter und die Frage nach dem Warum zirkulierte in den sozialen Medien. Die Niederlage führt unvermeidlich zu der Erkenntnis, dass der Abstieg am kommenden Sonntag nur eine potenzielle Realität ist. Es ist eine harte Pille, die Rostock schlucken muss, aber es ist nicht das Ende ihrer Reise. In der Tat könnte es ein brandneuer Anfang sein. Der mögliche Abstieg, obwohl belastend, könnte der Stimulus sein, den Rostock benötigt, um sich zu erneuern, zu beleben und eine Strategie zu finden, die fruchtbarer ist. Vielleicht ist es an der Zeit, das Blatt zu wenden und den Kampfgeist zurückzugewinnen, der sie zu Beginn der Saison auszeichnete. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Wie geht Rostock mit dem drohenden Abstieg um? Werden sie hinfallen und es als Niederlage akzeptieren oder werden sie den Bullen bei den Hörnern packen und ihre Strategie ändern? Das ist Fußball. Er ist unberechenbar und gnadenlos, aber er ist auch ein Spiel der Auferstehungen. Rostock hat jetzt die Chance, Neues zu schaffen, sich neu zu erfinden und sich auf eine Rückkehr in die zweite Liga vorzubereiten. Unabhängig davon, was die Zukunft bringt, können wir sicher sein, dass Rostock ein integraler Bestandteil der deutschen Fußballkultur bleibt. Ihr Kampfgeist wird weiterhin die Generationen inspirieren und ob sie fallen oder aufstehen, sie werden immer ein glänzender Stern am Himmel des deutschen Fußball sein. Bis dahin verbleiben wir mit besorgten Gedanken und hoffen auf eine Wende in Rostocks Glück im Interesse ihrer treuen und leidenschaftlichen Fanbasis und der Stärkung des deutschen Fußballs im Allgemeinen. Letztlich bleibt abzuwarten, ob Rostock den Fall in die dritte Liga verhindern kann. Momentan sind es bittere Zeiten, aber im Fußball ist alles möglich. Und manchmal kann die bitterste Niederlage zu den süßesten Siegen führen. Autor Anita Farke, Sonntag zwölft. Mai 2024.